Oh, okay, okay, okay. Ich glaube, wir haben den Irrenarzt abgehängt. Gute Nachricht, wir haben den Irrenarzt abgehängt. Ach, du liebe Güte, das ist sehr lieb. Herr Doktor, können wir einen anderen Termin ausmachen? Zur Sprechstunde? Ja, das tut mir leid. Das tut mir leid. Äh, kann jemand einen Arzt rufen, der nicht er ist?